Liebe YouTube-Freunde, was macht da der Bauhaus wieder? Ja, ich gruppere ein gepflügtes Feld. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. Auf diesem Feld will ich Saatkartoffeln pflanzen und ich zeige euch dann, warum ich da gruppere. Es ist auch steinig und da sagt ihr ja, da gruppere man doch nicht, wenn er steinig ist. Aber jetzt zeige ich euch mal. Ich werde einen Lohnumfnehmer haben mit einer Umkehrfräse. Er wird mir die Steine unten im Ofen besorgen und eben oben drauf, damit ich Plartoffeln roben kann, ohne zu viele Steine in der Maschine zu haben. Und darum wird jetzt das gepflügte, dass ich Herbst fuhr. Mugurchen wird jetzt gegruppert, damit da Luft reinkommt in den Boden und wenn es das nächste Mal schön ist, wird am Pflanzen leicht zu regnen begonnen. Aber ich fahre jetzt noch weiter. Es ist noch kein Problem. Es regnet nur ganz leicht. So, fertig gegruppert. Das Kaffee habe ich zu Hause vergessen. Darum nehme ich sie jetzt da in meinem Heizungsraum. Schön war mir. Hier. Es ist gut. Zehn nach acht. Feierabend für Bauerhause. Jawohl. Ich bin auch müde. Good night, YouTuber. Ich bin auch müde. Ich bin auch müde. Aber da könnt ihr mich über ein paar Tage lang auf die Handeln. Ich bin auch müde.